Ich habe mir die Pressekonferenz von Sarah Wagenknecht ein bisschen angeschaut und einerseits sagt Mohamed Ali, dass sie dankbar ist für die guten Erinnerungen, die sie in der Linken hat, andererseits sagt dann Sarah Wagenknecht, dass sie stigmatisiert und diffamiert worden ist. Das widerspricht sich dann wieder. Ich kann mich auch nicht erinnern, dass sie das erlebt hat bei der Linken, also zumindest nicht öffentlich. Man hat ja sie immer wieder versucht einzubinden. Gregor Gysi hat angeboten, dass sie Spitzenkandidat bei der Europawahl wird. Bodo Ramolo hat angeboten, dass sie mit ihm als Spitzenkandidatin bei der Landtagswahl in Thüringen antritt. Also ich hatte jetzt nicht den Eindruck gehabt, dass sie da schlecht behandelt worden ist. Und die Linke hatte ja immer wieder Angst gehabt, also wenn sie aus der Partei austritt, dass sie ja dadurch geschwächt wird. Und da kann ich mir nicht vorstellen, dass die dann ein Interesse haben, sie zu stigmatisieren oder zu diffamieren. Ich habe den Eindruck da, dass da die Wagenknecht entweder lügt oder eine totale Realitätsverzerrung hat. Ein Mitglied der Linken hat mir mal erzählt, dass sie gar nicht so in der Lage sei, auf andere Menschen zuzugehen und mit ihnen zu kommunizieren. Und jemand hat sie ja als eine Frau-Opposition bezeichnet. Ich glaube, dass das ganz gut den Nagel auf den Kopf trifft. Ich denke, es war ja sehr schwer, sie überhaupt einzubinden, weil sie ja hauptsächlich über ihre Social-Media-Kanäle oder über die Springer-Presse kommuniziert hat. Und immer wieder ja auch die Linke kritisiert hat und auch oft auch ungerecht, finde ich. Ja, manchmal hatte ich sogar den Eindruck, dass sie da lügt. Also sie hat ja behauptet, dass die Linke ja gar nicht mehr links wäre oder für den kleinen Mann stehen würde, obwohl sie zum Beispiel für einen höheren Mindestlohn sich einsetzt, für einen Mietendeckel gegen den Mietenwahnsinn oder auch für eine Mindestrente, damit keiner mehr in Altersarmut leben muss. Ja, sie hat auch behauptet, dass die Linke sich nur um das Gendern drehen würde. Dabei kann ich mich gar nicht erinnern, dass das im Bundestagswahlkampf überhaupt ein Thema war oder später ein Thema war. Da hat sie auch nicht die Wahrheit gesprochen. Sie hat immer wieder ihre Partei schlecht geredet, ohne ja wirklich da eine gute Begründung zu haben. Ja, und sie hat auch keine Beispiele genannt, wo sie stigmatisiert oder diffamiert worden ist. Da werden einfach so Allgemeinsätze rausgehauen und das finde ich persönlich nicht so in Ordnung. Bei der Pressekonferenz hat sie sich eindeutig von der AfD abgegrenzt und sie wollte einfach für die Leute, die frustriert sind über die Politik, die wir bisher haben, ja eine Alternative anbieten und die dann aus Verzweiflung die AfD gewählt haben. Ja, da werden wir mal sehen, wie viele Wähler sie da von der AfD überzeugen kann. Sie hat ja immer wieder bei der Migrationsfrage oder bei LGBTQ ja eher konservative bis rechte Einstellungen gehabt, die man durchaus auch bei der rechtsextremen AfD finden kann. Ja, ich weiß nicht, ob sie sich wirklich so gut von der AfD abgegrenzt hat, also wenn sie ihre Themen auch übernimmt. Einen weiteren Eindruck, den ich von ihr hatte, dass sie ja die Leute anspricht, die halt Leistung erbringen und arbeiten und ja, ich habe so den Eindruck, dass der Sozialstaat bei ihr nur für diese Leute gelten soll und alle, die dann aufgrund von Krankheit oder ja, eine andere, ja schlimme Situation in ihrem Leben arbeitslos gewonnen sind, also die werden gar nicht angesprochen. Also ja, also mir fehlt da so auch, ja so, dass sie sagt, dass Armut bekämpft werden muss. Also das hat sie so die letzte Zeit gar nicht erwähnt. Wir haben ja immer mehr Menschen, die zu den Tafeln gehen oder die Flaschen sammeln und das zeigt ja, dass in unserer Gesellschaft etwas nicht stimmt. Und ich merke auch in dem Straßenbild meiner Stadt, dass es verdammt vielen Menschen schlecht geht. Viele haben ja auch kritisiert, dass sie ihre Partei nach sich selber nennt. Also das wird ja mit dem Namen Bündnis Sarah Wagenknecht für Gerechtigkeit und Vernunft heißen. Ja, mal schauen, wie viel Vernunft und Gerechtigkeit in ihrer Partei später sein wird. Ich bin da auch ein bisschen skeptisch. Und eine Partei aufzubauen bedeutet sehr viel Energie zu verwenden und man braucht auch viel Geld. Da gibt es auch immer wieder Leute, die ja Zweifel äußern, auch dass sie da nicht genug arbeiten wird dafür, weil sie ja schon im Parlament oft durch Abwesenheit geglänzt hat. Und auch in den Ausschüssen der Partei nicht zugegen war. Sie ist halt eine Lautsprecherin der Kritik. Allerdings nicht unbedingt jemand, die an den Problemen ja selbst arbeitet. Also sie benennt die, aber bietet halt keine eigenen Lösungen an, wie wir den Sozialstaat stärken können. Und auch die AfD dadurch schwächen können. Ja, immer dieses Kritisieren und Dagegensein, das ist ja purer Populismus von ihr. Und ja, von ihr würde ich schon mehr erwarten wollen. Ich kann auch ganz schwer einschätzen, ob ihre Partei eine Bruchlandung wird oder nicht. Ja, da sie ja nicht so eine Arbeiterin ist, müssten die Arbeit von den anderen Leuten übernommen werden, damit ja ihr Bündnis überhaupt was wird. Ja, mal schauen, ob sie genug Dumme gefunden hat, die ihre Arbeit machen. Ja, also sie verkauft ja lieber Bücher und ist lieber Lautsprecherin in diversen Talkshows. Und ja, da setzt sie sich gerne in Szene mit ihren Luxuskostümen. Und ich fühle mich von ihr gar nicht, ja, repräsentiert. Sarah Wagenknecht hat man ja auch noch nie beim Streik gesehen. Ich habe zum Beispiel Gregor Gysi mal bei einem gesehen. Und ja, da habe ich nicht immer so den Eindruck, ja, dass sie wirklich für die Menschen da ist. Also ich habe eher den Eindruck, dass sie Politik als Geschäftsmodell entdeckt hat. Und dieses Modell hat sie ja sehr reich gemacht. Ich glaube persönlich auch gar nicht, dass die Linke durch ihren Weggang so stark geschwächt wird. Ich glaube, da werden ganz wenige Wähler weggehen. Im Moment hat die Linke gerade mal 4 oder 5 Prozent. Ich glaube sogar, dass das die Linke wieder stärken kann, weil viele Wähler ja auch geäußert haben, dass sie sie wegen ihr nicht mehr wählen wollen, weil sie viel zu rechts geworden ist. Zum Beispiel in der Migrationsfrage oder gegenüber LGBTQ. Diese hat sie ja in ihrem Buch verächtlich skurrile Minderheiten mit Marotten genannt. Das ist AfD-Sprech. Ich denke mal, dass die Linke viel zu lange Angst hatte vor ihr und ihrem Weggang. Und ich glaube, dass diese Angst total unbegründet war. Und sie hätten sie schon früher versuchen müssen, rauszuwerfen aus der Partei, als sie ihr Buch schrieb und über die LGBTQ so verächtlich sprach. Die Linke hatte ja sehr lange so einen Pluralismus gelebt. Und da waren auch Äußerungen von Wagenknecht toleriert worden, die gegenüber Minderheiten nicht menschenfreundlich geäußert worden sind. Und natürlich kann der Wagenknecht-Partei durchaus passieren, dass dann Glücksritter und andere Nazis in ihre Partei strömen und diese dann übernehmen, wie das ja auch bei der AfD passiert ist. Es wird natürlich von Wagenknecht abhängen, ob sie diese Leute ja nach Möglichkeit von ihrer Partei fernhält. Und bisher fehlt ja der Wagenknecht zumindest ja dieser völkische Teil, wie es bei Höcke und der AfD mittlerweile immer mehr der Fall ist. Ja, ich prognostiziere mal, dass sie die ersten zwei Jahre wahrscheinlich sehr viel Erfolg haben wird mit ihrer Partei und dass diese Partei dann ja wie eine Sternschnuppe verglühen wird, wie das auch bei der Piratenpartei passiert ist und sie an ihren Widersprüchen ja scheitern wird. Mal schauen, ob meine Prognose in Erfüllung geht oder nicht. Was denkt ihr? Also, ich bin ein Wagenknecht. Ich bin ein Wagenknecht.